Viele Sänger und Rapper arbeiten gerne zusammen und manchmal entsteht durch so eine Zusammenarbeit auch ein super Ohrwurm. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Rapper, der mit Vanessa Mai zusammengearbeitet hat. Auch Sarah Lombardi kann sich vorstellen, mit einem Rapper einen Song aufzunehmen, aber natürlich nur, wenn der Inhalt des Songs auch zu ihr passt. Das hat sie zumindest in einem Interview verraten. Außerdem sagte Sarah, dass sie musikalisch etwas in der Richtung plant. Allerdings würde sie sich erst nach Dancing On Nice Zeit dafür nehmen. Bereits jetzt reagiert ein Rapper darauf und um genau zu sein, ist es ein Rapper von Bangermusik. Er ist im Team von Farid Bang und sagt, ich könnte mir so einiges mit ihr vorstellen. Und das meint der Rapper überhaupt nicht positiv. Was meint ihr, was der Rapper gemeint haben könnte? Auf eure Antworten bin ich sehr gespannt und freue mich, wenn ihr Check The Cell Lab abonniert, um immer up to date zu bleiben.